Weißes Kur, diese Bezeichnung steht zu Recht für das feine weiße Borzellan, welches unter vielen abenteuerlichen und tragischen Umständen im Jahre 1709 von Johann Friedrich Böttcher erstmals in Europa hergestellt wurde. Auf Geheiß des sächsischen Kurfürsten August des Staaten wurde unter Böttchers Leitung die erste Produktionsstätte, die königliche Porzellanmanufaktur, meist gegründet. Heute noch wird hier, nach Böttchers Rezept, das weltweit geschätzte und begehrte weiße Gold gemacht. Inbegriff filigraner Schönheit und zierlicher Eleganz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 guitar solo 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 guitar solo